Und dann zum Vorbericht, vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, Auswärtsspiel, Freitagabend, sensationelle Chorios, schon vor dem Spiel wurde richtig stark abgeliefert, Kumano Karnstadt hat das 25-jährige Jubiläum nachgeholt, mal wieder wie immer Riesenrespekt vor jedem, der wieder sowas an den Start gebracht hat, einfach vier verschiedene Chorios, einmal Ultras, dann Kumano, dann Karnstadt und dann noch das Logo mit drin, absolut wild, komplett wilde Nummer, war ja mittendrin, statt nur dabei quasi, war schon ein bisschen verwirrend unter der Chorio quasi und sie dachte, hey, kommt noch was, kommt noch was, kommt noch was, aber war einfach ein geiles Feeling, habe es dann später auch zu sehen, weil wenn du in der Chorio stehst, es hieß ja das Ergebnis nicht so richtig, auch viele VfB-Spiele habe ich gesehen, haben es auf Instagram in Storys gewürdigt, so muss das auch sein, stellen wir sowieso immer krank vor, dann quasi einzulaufen und so eine Chorio zu sehen vor dir als Spieler, das muss ja so ein heftiger Moment sein, da ihr ja noch das Video abchecken von Karnstadt-Kurve-TV, natürlich wird immer ein Chorio-Highlight-Video gemacht daraus und an der Stelle auch passend, es gibt natürlich den Fankalender vom CC für einen guten Zweck. Last-Minute-Erlösung und ja, wir können es wohl dann einfach auch nicht normal beim VfB, jetzt wissen wir mittlerweile, Last-Minute-Sieg gegen Augsburg, der gefühlt nahezu überlebenswichtig ist, eine absolute Pflicht war, zu Hause da zu gewinnen, natürlich, auch typisch, mal wieder früh in den Rückstand gegangen, komplett peinlich verteidigt von Zagadou, da haben wir noch ein bisschen besser reingekommen ins Spiel, Sosa Flanke, Jigarasi, 1 zu 1, hätten mit einer Führung in die Pause gehen können, 1 zu 1, ist aber, glaube ich, in Ordnung. Nach der Halbzeit haben wir ein bisschen entspannt, also da haben wir ein bisschen mehr Augsburg das Ding machen lassen, hatten auch ein bisschen mehr vom Spiel, aber jetzt wirklich wenig klare Torchancen, wir fühlen eigentlich gar keine, dann halt nochmal komplett Knallgas, komplett Vollgas, letzte 20, 25 Minuten, aber halt das Ding wie immer, Unvermögen, mal Aluminium, Pfosten, Latte, Augsburg der Keeper, Spieler reingeschmissen, was auch immer vor Linie geklärt, das Ding wollte halt nicht rein, das Ding wollte nicht rein, am Ende stehen 3,74 zu 1,1 Expected Goals da und ich hätte jetzt ehrlicherweise auch fast nicht mehr erwartet, hat sich angefühlt wie so ein Spiel, das du halt spielst, wo du auch noch 100 Minuten spielen kannst, der Ball fliegt aber heute hier einfach nicht mehr rein, egal wie lange und wie oft, 31 Torschüsse, Höchstwert seit der Meistersaison von uns 2007, 14 Torschüsse in der letzten Viertelstunde ist Bunseirekord, seit der Datenerfassung 1992, also seit 1992, 1993, hab's auch im Vlog gesagt, eingepflegter Angriff bitte noch und der kam dann auch in der 91. grandioser Hackenpass und Anton dann frei vor der Hütte, knallt das Ding rein, 2 zu 1, das war die komplette Eskalation, hab ihr auch im Video gesehen, komplette Erlösung auch, direkter Krampf bei Anton, sinnbildlich dafür, dass er wirklich einfach, sie hat nicht reingesteigert in das Spiel, reingekämpft, Leidenschaft gezeigt, Mut gezeigt, Gas gegeben, so muss das aussehen, Anton, Sosa und Girasi alle in der KKF des Tages, ein generell guter Spieltag, weil bis auf Wolfsburg, die haben uns halt zu Hause in den Bochum geschlagen, was auch wieder gut ist für uns, haben so ziemlich alle da unten, die wir so Abstiegskampfkonkurrenz nennen müssen, da unten verloren. Kein Kommentar, diese Einstellung hatte Sven Misseldat nach dem Spiel, ein Schweigen von ihm, das natürlich wieder millionenfach interpretiert wurde, manche haben das sofort als Indiz genommen, dass er abgeschlossen hat mit dem Verein, weil soweit ist es eben schon, weil viele sowieso schon das Gefühl haben, dass das vielleicht nichts werden könnte, mit den Vertragsgesprächen jetzt eben im November dann bald. Die Leistung spricht für sich, schönen Abend, das hat er wohl gesagt zu den Journalisten und so weiter. Zweite Interpretation ist dann natürlich, dass er einfach genervt ist von den Medien, weil ja auch ständig über ihn, über seine Person, über Zukunft, über Trainersuche und so weiter berichtet wird, nur er weiß ja, wie es wirklich aussieht, nur er weiß die Wahrheit, einfach genervt ist davon und eben da vielleicht auch einfach nicht mehr sagen will aktuell, in der aktuellen Situation und eben auch so ein bisschen Wasserstandsmeldungen zu stoppen, die einfach zu verhindern. Dritte Interpretation, er wollte Wimmer und dem Team einfach die Bühne überlassen, nach so einem Sieg, auch eine gute Möglichkeit und setzt eben das, was wohl am ehesten auch war, der Mann ist einfach komplett K.O. Der Mann ist komplett K.O., hat man im Interview bei Sky gesehen, auch bei VfB TV danach vor allem, da sieht man es, hat auch da bei VfB TV gesagt, dass die Stimme schon in Dortmund weg war bei ihm, jetzt nach so einem Spiel natürlich nochmal die Stimme weg, großer Druck ja auch da, weil Wimmer muss ja sitzen, die Punkte müssen kommen mit ihm, hat sich dafür entschieden oder sie haben sich dafür entschieden, dass er jetzt bis Winter erstmal bleibt, deswegen wird da auch ganz viel Druck abgefallen sein, dann fällt das Tor seiner 91. Dass er da K.O. ist, kann ich mir auch gut vorstellen und die Schokolade-Nachrichten haben auch gesagt oder berichtet, dass er weit davon entfernt ist, irgendwie beim VfB klein bei- oder gar aufzugeben, in diesem ganzen komischen Machtgeflecht da gerade, haben wir gerade so ein bisschen Burgfrieden beim VfB, aber der wird sich da, ja, nicht einfach so, ja, der wird einfach nicht einfach so gehen beim VfB. Abwehrprobleme, weil, wie gesagt, allein die Szene, wie sich Zagadou da von Niederlechner abkochen lässt, komplettes Kindergartenniveau, sowas darf halt nicht passieren, ich will mich da jetzt gar nicht auf Zagadou speziell einschießen oder so, dem fehlt die Spielpraxis, ich finde, er hat sich ganz okay gefangen noch im Spielverlauf, zeigt aber halt eben einfach anhand von dem Beispiel hinten unsere Probleme, die wir defensiv haben. Solche Aussätze haben wir halt viel zu oft, haben 21 gegen Tore kassiert, sieben davon in den ersten 15 Minuten, das ist halt komplett wild, drei weitere dann noch bis zur 30. Minute, das ist der helle Wahnsinn so. Andersrum aber auch krank geschossene Tore, habt ihr einen Kommentar in meinem Video gesehen gehabt. Wir haben dieses Jahr fünf Bundesliga-Siege gefeiert im Jahr 2022 und bei vier dieser fünf Siege kam das Siegtor erst nach der 83. Minute. Ganz wild und zwei dieser fünf Siege waren gegen Augsburg zu Hause. Borussia Mönchengladbach, am Freitagabend geht es nach Mönchengladbach, außer Spiel, wie gesagt, hat sich einiges geändert vor der Saison. Neuer Trainer ist da mit Farke, macht wirklich einen ganz guten Job dort, Gladbach macht es auch eigentlich besser als letzte Saison, ist ja auch eher ein Verein der Richtung internationales Geschäft, gucken will, gucken müsste eigentlich, das aber auch schon ein bisschen her. Zuletzt 19, 20 Unterrose, Vierter geworden, danach Achter und Zehnter, Itakura geholt, Weige geliehen zum Beispiel, Duram blüht gerade auf, zwölf Spiele, zehn Tore, zwei Vorlagen, da musste ganz, ganz sicher aufpassen. Und so von aus betrachtet, spielen sie eine bessere Saison, hat irgendwie Gladbach wieder als besseres Team im Kopf, aber durch die Inkonstanz ist das gar nicht so dermaßen gegeben. Aktuell elfter Platz mit 16 Punkten, das sind auch nur in Anführungszeichen fünf Punkte mehr als wir, wir sind ja fünf Punkte dahinter auf Platz 15 aktuell, kommen jetzt eben auch aus drei Niederlagen in Folge. Darmstadt Pokal gegen Frankfurt Union, klar, sind alles Top-Teams, also gut, Darmstadt in der zweiten Liga Top-Team, aber Frankfurt-Union Kategorie kann man mal verlieren, aber natürlich die Inkonstanz ist da, sind deswegen auch durchaus unter Druck, würde ich sagen, mal wieder gegen uns zu gewinnen, gerade auch in einem Heimspiel. VfB goes Katar, das war kurz hier reingeschmissen, Weltmeisterschaft steht ja vor der Tür, ob wir wollen oder nicht, haben noch drei Spiele vor uns, Gladbach, Hertha, Leverkusen, und drei VfB-Spieler sind sehr, sehr wahrscheinlich mit am Start, sind ja bisher nur vorläufige WM-Kader, aber bei den drei kann man sich, glaube ich, sicher sein, die sind dabei. Sosa mit Kroatien und Endo und Ito für Japan. Deutschland spielt ja auch gegen Japan in derselben Gruppe, erstes Spiel auch in der Gruppe direkt gegen Japan, erstes Deutschland-Spiel bei der WM, Mittwoch, 23. November um 14 Uhr, und das heißt eben Deutschland gegen Japan. Aufstellung, jetzt noch zu früh, genau was zu wissen, weil PK ist noch nicht da, kommt wahrscheinlich morgen, Kader ist trotzdem recht klar, würde ich sagen, Wagner-Mann, laut dem Kicker, ist Kader-Kandidat mal wieder, aber der wird nicht fit genug sein für den Startelf-Einsatz, würde ich aber mal tippen. Mafopanus kehrt vermutlich zurück, hoffentlich zurück, wie auch immer. Für mich, wie gesagt, ich weiß schon, der hat was drauf, der kann was bieten für uns, dem fehlt die Spielpraxis vor allem, aber Zagadou muss eigentlich nach so einem Spiel ein bisschen rausrücken wieder, und eben das andere große Argument für mich immer, ganz persönlich, ich bin einfach ein großer Fan von Ito, schon seitdem er da ist, deswegen will ich, dass da ein Ito spielt und kein Zagadou, eben wenn Dinus zurückkehrt, ist ja die Möglichkeit da, dann rückt eben Zagadou komplett raus aus der Startelf. Anton hat sich auch wieder rehabilitiert bei mir, war ja auch witzig, wollte ich ja in den letzten ein, zwei Spielen oder gerade vom letzten Spiel nach, ja auch vom Zweikampfwert und so weiter, einfach unterirdischen Spielen in Dortmund mal nicht sehen von Beginn an, dann ist gerade der, der sich komplett reinhaut, das ganze Spiel lang dann eben das 2 zu 1 macht. Ganz klassische Geschichte sowas, Jo könnte zurückkehren auch, dafür könnte vielleicht ein Führig rausrücken, musst du gucken, Doppelsturm hat abgeliefert, ich glaube, der bleibt erstmal so, Terodde-Gincheck-Vibes hat das irgendwie, oder von mir aus auch Gomez-Gincheck-Vibes, hat dieser Doppelsturm da vorne, deswegen Gerasi und Pfeiffer bleiben und damit für mich Müller, Mafropanus, Anton, Ito, Sosa, Endo, Silas, Ahamada, Mio und vorne Gerasi und Pfeiffer. Ja, Prognose und wie ich schon auch im Nachgang oder im Vlog quasi, im Talkteil danach quasi schon gesagt habe, ist eben jetzt interessant zu sehen, was jetzt passiert, weil nehmen wir diesen Push mit, ich habe es auch da schon gesagt, normalerweise muss man davon ausgehen, Last-Minute-Treffer, wichtige Punkte im Abstiegskampf, wichtige, wichtige 6-Punkte-Spiel fast, da musst du jetzt, da musst du jetzt gepusht rausgehen, kann man sich halt beim VfB, leider Gottes, wir sind da auch konstant, nicht so sicher sein, fühlen wir uns wieder zu gut nach dem Sieg, wird es eine gute Leistung, eine anknüpfende Leistung an vor allem die letzten 20 Minuten oder wird es dann wieder sowas wie in Dortmund, schade, dass man so denken muss, aber ist einfach so, weil am Freitag, das ist so ein bisschen das perfekte Beispiel oder das perfekte Slogan für das Spiel, es trifft Inkonstanz auf Inkonstanz, weil beide haben eigentlich wirklich ordentliche Kader, klappt natürlich nochmal ein bisschen besser, die wollen ja auch noch ein bisschen andere Erwartungshaltung als wir, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut für mich, für beide wäre ein Sieg wichtig, für uns natürlich noch mehr, weil ich würde mal sagen, Abstiegskampf, ist schon nochmal ein anderes Thema als eben Tabellenmittelfeld, was gerade bei Gladbach eben die Realität ist, wir kommen aus dem Last-Minute-Sieg, Gladbach aus einer Last-Minute-Niederlage bei Union, 90 plus 7 war es glaube ich, ganz vogelwild, und wie auch so oft, hier der Blick auf die Statistik nochmal kurz, schlagen uns zuletzt echt gut gegen Gladbach, vor allem seit dem Wiederaufstieg, nur im Pokal verloren, dann jeweils ein Sieg und eine Niederlage in Heimspielen sowie in Auswärtsspielen, letztes Mal war es ja ein 1 zu 1 dort, den Punkt würde ich auch dieses Jahr nehmen, diese Saison nehmen, tippe ich darauf auch einen Punkt in Gladbach 1 zu 1, bei euch natürlich gerne Community Tab abstimmen, voten und natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Und hier wird immer noch der gesamte Spieltag getippt, das gute an dem Spieltag ist ja so ein bisschen, dass die Konkurrenz unten normalerweise auch nicht punkten sollte, gucken wir jetzt mal auf Bochum beim BVB, Hertha gegen die Bayern und sowas, Bremen Schalke wird ein interessantes Spiel, glaube ich, einerseits dadurch eben wenig zu verlieren, also es wäre vermutlich kein Nackenschlag oder kein Genickbruch, wenn man jetzt in Gladbach verliert, andererseits wäre es eben wieder ein Zeitpunkt, das ist hier letzter Spieltag, wo man einfach mal die Big Points mitnimmt und eben an einem Spieltag punktet, überraschend punktet, wo andere es eben nicht tun und sich ein bisschen Abstand erholen, wäre ja alles sehr, sehr wichtig vor der WM. Wir streamen am Freitag, Match-Reaction-Stream zum Spiel, ganz klare Geschichte bei mir fürs Zuschauen, lasst gerne das kostenlose Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.